Das ist ein Sieg für die Freimenschen, die sich lieben und füreinander Verantwortung übernehmen wollen. Die verdienen uns ein volles Spekt und die voller Unterstützung gestatten. Mit der Öffnung der Ehe haben wir endlich die volle rechtliche Gleichstellung von homosexuellen Paaren durchgesenkt. Peter! Warum werden nicht einfach in allen Medien alle Geschlechter mitgedacht? Sprache schafft Realität und nur wenn wir alle mitmachen. Dann schaffen wir das so! Ja, sonst ist das interessant. Den wiederhole ich nochmal. Und das ist unsere Chance. Die Chance von uns, von allen Männern. Nicht so wie die. Das sind doch nur Mädchen. Die kommen da zehn Minuten näher raus und eiern da ein bisschen rum. Und dann fangen die an zu kichern. Ja? Wir wollen uns verunsichern. Aber wir, wir gehen da gleich raus und reißen denen den Arsch aus. Wir gehen da rein. Wir gehen da sch